moin leute neuheiten der woche und die sachen die wieder reingekommen sind es ist so verdammt viel dass wir wahrscheinlich drei videos machen müssen was er im hintergrund hört dass es was sie der paketepackung ist aber wir legen jetzt einfach mal schnell los weil es ist unheimlich viel was wir euch zeigen müssen was wieder reingekommen ist so wird ja das ist der witcher genau ja gerald von riva ja und der arme erfinder beißt sich immer noch in arsch dass er das für viel zu wenig geld die rechte verkauft hat ja dann wieder ja dann der devil netflix ist kommt da noch eine neue staffel man weiß es nicht alles ist alles eingestellt von marvel bei netflix ja panischer ist noch nicht bekannt aber ansonsten ist soweit ich weiß alles dann ich brauche nicht auspacken wir haben schon mal da super rares teil und zwar von 30 game of thrones der hund mega geile figur mega geil mega teuer mittlerweile super figur haben wir noch mal ein paar bekommen ich glaube du musst von oben abbauen sonst fällt dir das gleich entgegen dann machen wir hier weiter wieder reingekommen kennt ihr schon aber jetzt endlich zum vernünftigen preis das doppel set war glaube ich toys russ wenn ich es richtig genau das waren toys russ exklusiv lucage und claire tempel ja die blauen hände die ihr da seht das hat nichts mit einer superkraft zu tun das sollen im prinzip ihre sanitäter handschuhe diese einweg handschuhe darstellen dann was haben wir hier noch da hatten wir relativ günstig den chris redfield und jetzt haben wir noch mal lange ausverkauft den leon s kennedy wieder rein gekriegt gerade wieder thema durch den unfassbaren erfolg des resident evil 2 remakes hier wo glaube ich leon das erste mal auftaucht und ich kann mich daran erinnern ich meine früher für die ps2 oder so gab es dann nicht schon mal irgendeinen uncut remake oder irgend sowas in die richtung meine ich hätte es damals gegeben schon lange her ja das war sogar noch ps1 oder ps1 genau da gab es noch mal eine uncut version ja dann auch wieder rein gekriegt von hasbro der black panther helm ja ich fragen auch einige immer mal wieder nach dem iron man helm wir können es echt nicht sagen manchmal sagt hasbro ihr habt ihr noch mal ein paar wenn ihr wollt könnt ihr kaufen es kann sein dass er noch mal jetzt kommt zum nächsten film ich meine dass also tatsächlich war die letzte ansage von hasbro der iron man helm wird definitiv nicht mehr hergestellt aber hasbro wäre nicht hasbro wenn sie das eine sagen und das andere machen ja das stimmt das kenne ich auch ja noch mal die harley expression set kennt ihr auch schon aber euch ja vorgestellt ist wieder reingekommen dann einer der turtles ja die gehen langsam dem ende entgegen all of the shadows haben wir ein kleines bisschen günstiger den donatello als normal fragt mich jetzt nicht was ein kleines bisschen günstiger ist ich weiß nicht vielleicht für 200 oder so müsst ihr im webshop gucken ich habe leider nicht alle alle preise im kopf dann 1 zu 6 von quantum mechanics den dean winchester haben wir auch im angebot der ist glaube ich so 159 oder irgend sowas inklusive versand dann die domino haben wir euch vor kurzem rein schon vorgestellt interessant zu wissen gestern hat diamond select bekannt gegeben dass sie gentle giant aufgekauft haben die haben ja schon bei ganz vielen statuen und action figuren das sculpting für diamond übernommen genau und ihr könnt euch jetzt darauf freuen dass da noch wesentlich wesentlich mehr statuen und action figuren raus kommen werden von von diamond select definitiv zu dc sagen wir nachher was wenn wir bei den dc statuen sind dann hier auch wieder reingekommen auch im angebot harry potter die gute amine genau herr moin wie sie sie auf englisch nennen da hat sie zwei outfits seht ihr hier an der seite mit ihrem pinken pulli und dann nochmal mit ihrem mantel also der pinke pulli der ist dahinter sieht man jetzt nicht so gut ja das ist schon die teenager genau ist ich glaube so um die 150 euro oder so dann gallery haben wir euch auch schon x-mal vorgestellt zu entmann der entmann die wasp kriegen wir auch jetzt sehr bald wieder rein ja absolut geile statuer werde scharf so könnt ihr auch bei mir auf dem youtube kanal gucken da habe ich vor kurzem auch eine review drüber gemacht sehr gut wenn ich mich jetzt nicht hier habe aber der auch wieder reingekommen ist ist der tannos von aus der gallery serie von diamond select comic oder die ne das war die version zum film ist richtig im kopf habe dann wieder reingekommen battle star galactica viper 2 das ist jetzt die klassische wir hatten vor kurzem auch im angebot auch viper 2 wenn ich das richtig im kopf habe aber die moderne fassung dass er ist die klassische fassung dann haben wir hier ja ihr könnt euch angucken auf unserer webseite das ist zu battleship yamato eins der raumschiffe auch im angebot war normalerweise etwas über 100 euro und jetzt ist sie glaube ich 70 80 euro sowas um den dreh genau dann 12 wieder reingekommen der gute es ja braucht man nicht viel zu sagen dann mache es clockwork orange ja der lx auch im preis etwas reduziert haben wir auch ein bisschen günstiger gekriegt die sind sonst echt teuer über den haben wir eben schon gequatscht chris redfield genau der wieder reingekommen war auch im angebot auch günstiger wie normal genau auch wieder leon eben zu resident evil vendetta ja dann bevor ich ihnen alles zugestellt habe hole ich sie mal hinten raus dann haben wir euch letzte woche schon die wunderwomen gezeigt genau also die hier hatten wir schon mal die war lange zeit nicht mehr zu kriegen jetzt haben wir noch mal welche rein bekommen das ist die harley quinn mit ihrem ja mit ihrem raketenflieger hinten dran die ist sozusagen frei schwebend in der luft das base ist total super da ist unten sobald ich weiß sind dann doch so kleine batmanpuppen und so ja genau da sind so batmanpuppen unten da sieht man sie nicht aber ups hier sieht man sie ist echt toll und liebevoll gestaltet also das ist die base das ist echt großartig was statuen angeht und muss sich da nicht verstecken vor den großen anbietern dann haben wir was ich ganz witzig oder ziemlich beknackt finde einen halo helm gekriegt auch mit sound ist er noch ganz nett ja was ich ziemlich beknackt finde ist folgendes hier oben steht drauf ab 15 jahre aber der ist tatsächlich so klein also meiner mir wird er nicht passen ich denke mal jeder der 18 oder 20 ist dem wird er nicht passen also wer soll den tragen vielleicht gerade so 15 jährige ja also ich glaube selbst 15 jährige kriegen kaum also der ist für jugendliche oder für nicht ganz so groß gewachsen ein bisschen strange diese altersangabe oder die größe je nachdem wie man es sehen will und dann noch eine statue die wieder reingekommen ist auch nicht vor allzu langer zeit war jetzt aber ein paar wochen ausverkauft jetzt haben wir wieder welche und zwar die gute dawn von michael linsner ja eigentlich schade dass der nicht wirklich viele neue dawn comics oder cry for dawn und so macht stimmt da ist ja ist aber trotzdem eine absolute kultfigur aus dem comic bereich definitiv und das letzte was wieder reingekommen ist ich glaube wir sind doch ein bisschen schneller als ich gedacht habe auch gallery doctor strange die comic version die filmversion zu infinity war haben wir glaube ich noch da was sagst du zu dem gerücht ich glaube es ist tatsächlich nur ein gerücht dass die stimme am ende des letzten trailers ultron sein soll ich hab's mir auf englisch angehört das ist ein gerücht definitiv das macht das macht das mcu nicht das wäre viel zu verwirren für die nicht kommen okay also dann haben wir hier nochmal ein alien zu kolonial marines das ist auch so ein diamond select da gibt es ja diese 1 zu 18 predator und aliens und das ist jetzt der xenom of crusher den haben wir auch noch herrn gekriegt und dann kommen jetzt eigentlich schon die neuheiten ja hier aber hier ist in usa damit exklusiv ach damit exklusiv also es ist kriegt ihr nur von diamond ja so und hier haben wir dann ein diamond select was sie selbst hergestellt haben das ist ein brief öffner vorne sieht aus wie so ein messer und kopf daneben denkt ihr ein bisschen komisch aber hinten könnt ihr sehen ihr steckt den brief öffner ins maul sozusagen ja und dann könnt ihr den raus ziehen ist insgesamt 10 inch 25 zentimeter richtig richtig geiles teil ich meine gut wer schreibt noch briefe heutzutage aber macht sich denke ich mal gut im büro auf dem schreibtisch macht die auf dem schreibtisch noch mal einen brief zugestellt wenn der tischnachbar nervt im büro dann mal kurz damit spielen ja so hier haben wir eine spardose von ist es auch diamond nee es ist monogramm ja die machen aber monogramm macht ja ganz viel spardosen diese spardosen büsten und das ist jetzt zu harry potter hauselfen elfen die die bank sind ja keine elfen es ist so peinlich mit uns also harry potter expert es ist so peinlich ständig laufen wir hier gegen wände weil wir echt keinen plan haben ja schreibt uns unten rein in die kommentare es ist so dann haben wir hier was aus der vintage serie von star wars aus der 3,75 inch das ist die liebe gute ray die sind ein bisschen mehr beweglich wie die normale 3 3 viertel inch reihe von hasbro die haben also mehr bewegungspunkte die haben von den bewegungspunkten sind die so vergleichbar mit den black series ich finde es ein bisschen schade dass sie ihn mit der vintage serie auf 3,75 inch umgeschwenkt haben und es nicht weiter gemacht haben mit der 6 inch oder soll da noch was kommen auf 6 inch ja 6 inch kommt ja das sind ja zwei verschiedene lines ich meine jetzt vintage achso das auf vintage sind ja nur zwei serien gekommen und dann war ja schluss achso und danach kamen die ja alle in 3,75 inch schluss wege sind unergründlich das ist ja leider so damit kennen wir uns ein bisschen besser aus obwohl es funkopop sind ja aber es ist queen es ist queen und zwar brian may john deacon roger taylor und dann gibt es den freddy in zwei verschiedenen versionen jetzt fragt ihr euch wieso ist hier kein freddy bei ganz einfach wir haben ganz viele freddy's bestellt und dann hat sich der vertrieb gedacht wenn die so viele freddy's bestellen dann schicken wir keine ich denke nächste spätestens übernächste woche sind dann auch die freddy's da im moment haben wir nur die ja dann ja eine ganz ganz tolle statue hammerstadion ja die ist super ja wonder woman zu ähm batman metal ne ja ja genau und das schöne da kommen ja noch mehr statuen aus der metal comic reihe ja und das geile ist die haben alle diesen diesen Diorama base dabei mit so diesen tentakeln und was weiß ich nicht alles die seite hier an der seite also wirklich super und die sieht ganz toll aus ganz ganz coole statue wirklich ja also wie gesagt richtig tolle wonder one ja auf jeden fall super ich mag auch das mit der rüstung und so ja ich finde die auch super dann die ich glaube jetzt ja einer der beliebtesten charaktere von marvel auch endlich seinen weg in die gallery line gefunden squirrel girl was soll ich sagen mit zwei drei befreundeten eichhörnchen eins auf ihrer schulter ja und zwei unten an der base ja was soll ich sagen also für alle tierfreunde jeder ich meine wer findet eichhörnchen nicht niedlich ich finde aber die die statue an sich finde ich aber cool designt also sie hat auch eine geile pose ja genau sie hat eine tolle pose muss man sagen gut so dann haben wir bald wieder einen ghost gekriegt genau so destiny 2 sundance ghost ich weiß jetzt nicht warte mal steht hier little lights emblem in game emblem inside also doch also auch die hier haben äh embleme für spiel die ihr aktivieren könnt also für jeden der da noch das little lights emblem im spiel für sich reklamieren möchte kaufen und da drin ist der code und soweit ich gehört habe funktioniert der auch ja das ist gut ja dann ja haben wir noch was von dc eine schöne statue es gibt ja diese diversen liebespaare superman und wonder woman batman und cat woman und hier haben wir night wing und batgirl genau und das interessante an der statue ist die könnt ihr an die wand machen und die ist nämlich du musst es nämlich im prinzip umdrehen die hängen nämlich kopfüber ach egal ach egal deswegen ist auch der umhang von ihr nach oben genau da kannst du es sehen da ist auch ein bild drauf so und das finde ich mal eine ganz geile idee ich versuche euch mal das bild ein bisschen dichter zu zeigen da an der seite sieht man es ja das ist echt mal eine witzige idee auf jeden fall ja ja die zwei schätzchen haben wir noch einen ja einen genau den dicken einen meiner persönlichen lieblinge tamashi nations shin Godzilla aus der sh monster art reihe ja was ich ein bisschen schade finde also es ist eine sehr schöne verpackung aber die waren ja sonst immer in der blisterbox jetzt ist es halt so vollkarton ist ein bisschen schade aber guckt euch mal hier die details an von seinem schwanz es ist nicht geil wo du die ganzen die ganzen leichen drin siehst und so und die todenschäle der wird auch so aussehen wie auf den bildern also bei bandai machinations kannst du nichts verkehrt machen die sind wirklich qualitativ immer spitze ja das ist diese äh frozen version ne aber der hinten der schwanz der sieht hammermäßig aus total geil super gut dann äh gibt's mehr in der zweiten runde so sieht's aus bis nachher tschüss